Hallo meine Freunde der Sonne, da sind's wir wieder und weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und heute gucken wir uns an Chill Deine Basics. War kein definiertes Video dabei, deshalb hab ich mir einfach das Video jetzt rausgesucht und ja, ich bin gespannt wie Flitzebogen. Aufpassen Leute, ich glaub da wird was. Achtung! Ah, reingehauen. Ja, perfekt. Ja Leute, ihr habt den Titel richtig gelesen. Das hier ist eine Spezialfolge von Chill Deine Basics, denn dieses Mal sind die Space Frogs mit dabei. Juhu! Hallo, Tüch! Ach schön, YouTuber machen mal Videos zusammen, so wie in guten alten Zeiten früher, wo das ja gang und gäbe. Boah, das hab ich ja schon mal in irgendeinem Video gesagt, ne. Ich find das momentan voll traurig, dass irgendwie auf YouTube, wenn ich mal überlege, damals so die, 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 die COD, die deutsche COD-Community, also gerade so die ganzen YouTuber, die haben ja alle zusammengehalten, ne. Man, man hat sich irgendwie am Wochenende getroffen, hat zusammen aufgenommen. Irgendwann ist es dann so weit gekommen, dass man sogar zusammen gestreamt hat. Und heutzutage, wenn man jemanden fragt, dir hast du Bock mitzumachen, ich sehe, du machst so dieselben Videos, kommt dann so eine Antwort von wegen, guck, guck's mal, du hast nur 1000 Abos, ich hab schon 2000. Solche Antworten kriegt man dann. So, dann denk ich mir auch so, jo, alles klar. Gut, dann ist es halt so. Ist eigentlich voll traurig, ne. Ja. Aber wird sich Sepp mit den Berlinern verstehen? Wird er dieses Mal an einer Alkoholvergiftung sterben? Und wie oft geht er dieses Mal mit einem Messer auf Aluis los? Tja, ich würde sagen, lassen wir uns überraschen, oder? Also wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge von Chill Denne Basics. Los geht's! Juhu! Prost! Schild Denne Basics! Aluis, ich hab keinen Bock mehr, seit einem Jahr sitze ich schon im Homeoffice wegen diesem scheiß Corona-Kack. Sepp, ich hab gedacht, du bist arbeitslos. Ja, schon, aber heute geht's wie gesagt von daheim aus. Hä? So, Aluis, ich weiß schon, deine Wirtschaft hier ist wegen dem Lockdown immer noch geschlossen, deswegen habe ich in weiser Voraussicht mir selber was mitgebracht. Sepp, nur weil sie dich das letzte Mal nicht erwischt haben, heißt es... Fein... Warte, ich kenne jemanden, der arbeitet für einen großen Betrieb. Ich sage jetzt auch nicht den Betrieb, ne. Größe gehen raus. Ähm, der kann sich immer aussuchen. Das können ja immer viele, ob die in Homeoffice arbeiten oder ob sie in einer Firma arbeiten. So, das war bei ihnen auch schon vor Corona. und der hat eigentlich sich immer für Homeoffice entschieden und letztes Mal hat er sich so voll aufgeregt, so, oh ich bin hier nur im Homeoffice, ich will mal wieder in die Firma gehen und da habe ich zu denen gesagt, du warst nie in der Firma, du bist nur im Homeoffice vor Corona gewesen, was regst du dich jetzt auf? Solche finde ich am geilsten, die sich aufregen, also einfach grundlos aufregen, die einfach irgendwas zum Aufregen, das sind Leute, die brauchen irgendwas zum Aufregen, irgendwas brauchen die zum Aufregen, dass ich diesmal nicht wieder die Polizei rufen werde. Alles, warte doch mal, ich habe dir doch auch was mitgenommen, da schaut, ist das für dich. Ich lasse mich ja nicht verarschen, ich habe das Recht mich zu zu saufen, wohne ich scheiß jetzt. Ja, du bist wieder da. Ja, ist das Schäti zu sehen, wie geht's denn dir so, ich hoffe natürlich total gut, einfach nur. Komm, jetzt rasch wir mal ein wenig, über Gott um die Welt, hast du vielleicht sogar irgendwie ein Wunschthema oder sowas. Wusstest du, dass die Space Frogs ein Video für dich gedreht haben? Was? Space Frogs, warte, die ist jetzt noch mal. Hey, Alois, kennst du die eventuell? Ja, das sind so zwei Berliner YouTuber, die über Dinge lästern und Drogen zelebrieren. Klingt irgendwie sympathisch. Aber was, was? Schau doch einfach mal rein, was die so für Videos machen, die mir der Sache einfach mal eine Chance, vielleicht schon ganz lustig sein, hoffentlich. Ihr traut euch nicht, weil ihr Angst vor diesen Shitstorms habt ihr? Pff, dann mache ich den Anfang. Essen Pfannkuchen, weil sie in großen Pfannen gemacht werden. Alarm, Alarm. Nimm das sofort zu einem Tor, schlau. So schaut ein Pfannkuchen aus, also halt die Fresse. Gibt's auch keine Diskussion, das ist so sicher wie das Arme in der Kirche. Na, oder wie du hässlich bist. Ah, du isst! Mein Name, wenn die Berliner das Pfannkuchen nennen, wie heißt denn dann bei denen der richtige Pfannkuchen? Äh, ich glaube, ich nenne das Eierkuchen. Na, aber diese Bursche haben jetzt für mich ein Video gemacht, oder was? Ja, das kann ja was werden. Ich hoffe wirklich, dass man mich nicht aufregen muss, aber jetzt schauen wir rein in die Sache, ich bin echt gespannt. So, Kinder, wir erzählen euch heute mal ein bisschen über die ganz doll schädliche Droge Alkohol. Die ist nämlich ganz buh-buh-böse. Jungs, was wär denn das? Ich hoffe, das war ein Scherz. Nicht nur Wissenschaftler, sondern auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sagt, man sollte nicht mehr als einen halben Liter Bier am Tag trinken. Was? Was? Wie war das? Und es ist auch sehr wichtig, dass man in Regel nicht... Genauso wie, ähm, wenn Leute sagen, ähm, man soll nicht mehr als ein Bier trinken, ne? Das Wort kann man ja auszählen, ne? Also, also, oder wenn jetzt seine Freundin kommt oder seine Frau kommt und sagt, hier, bitte heute mal nur, äh, das zu, das leertrinken, was du gerade getrunken hast, ist halt nur doof, wenn man gerade angefangen hat, ein Fass zu trinken, so ein 5-Liter-Fass, ne? Ist an sich ja nur ein Bier, ne? Also, für viele ist es dann nur ein Bier, ne? Die trinken das, äh, innerhalb von 5 Minuten leer, ne? Ja, ist halt ein Bier, ne? Für viele ist, äh, die Definition, so ein Fass, ein Bier, ne? Wenn die Freundin oder die Frau sagt, so, trink heute bitte nur ein Bier, und du, wenn du dein Fass leerst, hast ja an sich alles richtig gemacht, ne? Ich meine, ein Mann ohne Bier, das ist ja wie ein Brombeerstrauch ohne seine, seine Nadeln, oder? Ne, aber ich meine, was sauft denn der Durchschnittsdeutsche denn so? 95 Liter Bier trinkt der Durchschnittsdeutsche im Monat! Oh, oh, ne, im Jahr. Was, nur 95? Moment, das muss ich erstmal kalkulieren. 95 Liter durch 365 Tage, das heißt, man trinkt dann 0,26 Liter am Tag. Du Arluis, davor wird doch keiner blau, oder? Sepp, das ist ja der Durchschnitt von Deutschland. Ich glaube, in Bayern trinkt man schon ein bisschen mehr. So könnt ihr euch meine Wochenenden immer vorstellen. In der Schulzeit, wo wir uns dann immer an der Elbe getroffen haben. Weil das Geile ist, es fing ja bei uns an mit Vplus und sowas. Und wir haben dann damals so ein Vplus getrunken, so jeder von uns. Wir mussten uns gefühlt alle nach Hause schleppen. Und dann so einen Monat später war es dann kein Vplus mehr, sondern ein normales Bionier in einen Kasten. Und wir sind normal gelaufen. Und was hast du heute getrunken? Ich glaube, gerade mit einem Kollegen haben wir uns einen Kasten geteilt. Eigentlich voll traurig. Sepp, das ist ja der Durchschnitt von Deutschland. Ich glaube, in Bayern trinkt man schon ein bisschen mehr. Ja, stimmt. Immerhin haben wir auch ein bisschen mehr Brauereien als der Rest von Deutschland. Also genau genommen zehnmal so viel. Deswegen ist auch der bayerische Durchschnitt bei 140 Liter pro Kopf im Jahr. Wow. Obwohl, die sind ja dann auch nur 0,38 Liter pro Tag. Jungs, was ist denn da los? Ihr sauft jetzt gefälligst mehr Bier. Ihr Gesichtskrätschen. Was ist denn das? Ihr fragt euch jetzt natürlich, was für Schäden entstehen denn, wenn ich mir ordentlich ein, ne, beim Freeclime-Brein kippe? So, ganz vorneweg natürlich Leberschaden. Dafür müsst ihr euch vorstellen, das hier ist eure Leber und das ist Alkohol. Also ich muss ja echt sagen, Leberschaden ist dann meistens ja der geringste Schaden, wenn ich mal überlege. Und was ich sehr, sehr traurig finde, wenn dann Leute, ähm, sage ich mal alkoholisiert auf Arbeit kommen, an der Maschine arbeiten und dann machen die Pfoten ab. Oder alkoholisiert leider mit dem Auto fahren und, äh, ich sag mal, dann irgendwo reinbrettern, ne. Da ist der Leberschaden danach das geringste Problem, wenn man danach überhaupt noch irgendwelche Probleme hat, ne. Ja, das stimmt schon, die Leber, die muss schon was aushalten, das ist schon richtig. Aber andererseits ist Bier auch wirklich sehr lecker und macht herrlich blöd. Aber auch das Gehirn leidet, wenn du euch regelmäßig was reindübelt. Also die Gedächtnisleistung nimmt super stark ab und die Konzentration und die, die Gedächtnisleistung, die nimmt auch stark ab, wenn ihr zu viel trinkt, ähm, und die Konzentration lässt ganz, ganz, ganz doll nach. Und die, die, die Gedächtnisleistung... Ja, sag einmal, machen die sich gerade über Alkohol trinken lustig oder was? Ich glaube, ich habe wohl schlecht. Jetzt passt mal auf, Space Brokes, ganz ehrlich. Was hat Jesus gemacht? Er hat nicht Wasser in Milch verwandelt, nein, er hat es in Wein verwandelt. Also gehört feiern seit tausenden von Jahren einfach schon dazu. Obwohl es 2020, 2021 eher so ausschaut. So, äh, erst einmal sieht und hört mich jeder. Ähm, bitte mal reinschreiben, ja oder nein oder so. Also, Jungs, ganz ehrlich, ich nenne es mir einen einzigen Grund, warum ich dieses Bier jetzt wegschütten sollte. Ja, bitte, komm, komm, nur zu, bitte. 74.000 Todesfälle in Deutschland jährlich stehen in Kontakt mit riskantem Alkoholkonsum. Ja, aber vielleicht waren die einfach nur zu blöd zum Saufen, da gibt es doch viele, oder nicht? Oh, Gaudir, aua. Herzmuskelerkrankungen, die sind auch auf Alkohol zurückzuführen, ja. Und Bluthochdruck genauso. Guck mal, Steve, masturbierst du daheim nicht, weil dein T-Shirt wackelt, klar, so komisch? Ah, ah! Aber ja, das Kornschul irgendwie euch sei, trotzdem sehe ich einfach noch keinen Grund, mit dem Trinken aufzuhören. Alkoholkonsum ist auch ein Grund für viele Krebserkrankungen. Außerdem führt Alkohol zu Pachreatis und Gastritis, weil das, das klingt nicht gut, so. Das ist keine Krankheit, die willst du nicht vom Arzt aufgeschrieben haben, weil das kannst du nicht lesen und dann versuchst du es zu googeln, hast keine Ahnung was es ist, weil, ähm... Das mache ich auch sehr gerne, ne, wenn ich irgendwas habe, wenn es mir nicht gut geht, erstmal googeln, aber das sollte man nicht so oft machen, weil eigentlich kannst du dir, wenn du das gegoogelt hast, die Symptome, kannst du ja eigentlich gleich immer ein Grab schaufeln. Ihr müsst mal ohne Mist, wenn ihr irgendwie mal ein Symptom habt, müsst ihr einfach mal das Symptom googeln und dann, ähm, die Krankheiten, die da aufgelistet werden, ne. Und dann denke ich mir immer so, Alter, ich muss ganz dringend mein Testament schreiben. Keine Ahnung. Außerdem ist Alkohol super schlecht für die Psyche, weil ihr müsst euch vorstellen, so, das ist die Box und da ist alles drin, was euch glücklich macht. Eure natürlichen Drogen. Und wenn ihr dann Alkohol trinkt, kommt das raus. Und deswegen seid ihr so mega happy, wenn ihr Alkohol trinkt, aber wenn ihr am nächsten Tag dann verkatert aufwacht und der Körper so ist so, oh, ne, oh, jetzt ist aber hier Sonnenschein, dann möchte ich ja nach Glückshormonen greifen, oh, fucking leer. Hilft nix, es gibt Leute, die brauchen einfach Schmerzen. Auf geht's Luigi, reißt die, wie wir da schauen. Ja, aber ihr habt schon recht, irgendwo, ich muss jetzt einmal wirklich Stellung nehmen zu dem Thema. Das Letzte, was ich will, ist wirklich, dass ich mit einem mutigen Alkohol noch mehr zu konsumieren als sonst eh schon. Ich meine, jeder weiß, dass es ungesund ist, aber Leute, jetzt bedingt es einmal, wie viele Freundschaften, wie viele Ehen, wie viele Beziehungen zerstört werden, wie viele Leute ihren Job verlieren, ihr Leben kaputt machen, nur weil sie süchtig sind wegen dem Scheiß. Man muss ja wirklich aufpassen, es ist wirklich dein, wie es zeigt, es ist wirklich saugfällig, dieses... Ich liebe dich. Ah, aber wir zocken, nur weil ich saufe, müsstest du dich auch machen, ich bin halt einfach ein Profi, das müsstest wissen, ich hab mein Alkoholkonsum voll Gas im Grip. Oh, Luis, ich hämme das mal auf von dir, jetzt reicht es! Äh, Sepp Gebeckmann! Das war's, mehr haben wir nicht an Facts, ey, aber wenn man's googelt, gibt's bestimmt noch mehr, also... Ja, zum Beispiel, wenn ihr irgendwie so ein Bierlimo trinkt, dann könnten andere Menschen denken, dass ihr Lappen seid. Genau, ganz gefährlich. Das ist ganz gefährlich, genau. Ach, schön, toll, was wir wieder alles gelernt haben heute. Wollt ihr eure letzten Besuche Revue passieren lassen, dann hier auf die Videos klicken, ansonsten würde ich sagen, lasst gerne mal ein Like und einen Kommentar da. An der Stelle musst du dich aber bitten, endlich zu gehen, weil du darfst gar nicht hier sein und an der Stelle würde ich sagen, rufe ich auch mal die Polizei jetzt. Alles, was werden die jetzt? Jetzt her auf! Ich muss echt sagen, war sehr, sehr geil gemacht, also wirklich hat mir extrem Spaß gemacht beim Zugucken. Ähm, ja, für die Leute, die da draußen viel Bier trinken, hört mir, also versucht einfach den Konsum ein bisschen runterzuschrauben. Vor allen Dingen, wenn ihr schon am Wochenende mal ein Bier trinkt, lasst es einfach sein, äh, das Auto zu nehmen, dann, äh, lauft zu Fuß, nehmt die Öffis. Sonst, äh, ja, ihr schadet euch nicht nur selber, sondern auch, ähm, ihr seid eine Gefahr für andere. Und, äh, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss!